Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Das hier ist nicht das, was ihr erwartet, denn normalerweise würdet ihr heute die 100 Baby Challenge sehen. Das kann ich euch heute aber leider nicht bieten, denn ich habe diese Woche absolut gar keine Zeit gehabt zum Aufnehmen und geschweige denn zum Schneiden von so einem großen Projekt. Denn ihr wisst, es ist für mich immer sehr aufwendig, das Ganze zu machen und ich mache das auch gerne und ich finde es toll und ich finde es auch schön, dass ihr das Projekt so gerne habt und so. Aber ich habe es diese Woche jetzt zum ersten Mal seit Ewigkeiten einfach nicht geschafft. Deswegen pausieren wir jetzt diese Woche und ich akzeptiere das jetzt. Und ich dachte, dann kann ich mich doch wenigstens mal für die 200 Abonnenten bedanken. Wenn jetzt irgendjemand kommt und dann aus Spaß jetzt sagt, ha, dann die Abonnenten, ich dich, ha, und dich dann wieder runterfallen sollte, naja, dann ist es halt so. Aber ich habe sie erreicht, ja, mein Screenshot, okay, es ist passiert. Und das war ja auch so ein bisschen mein Jahresvorsatz, in Anführungszeichen, für diesen Kanal. Und wir haben es einfach geschafft, obwohl das halt tatsächlich ziemlich unrealistisch war. Aber hey, ich bedanke mich sehr dafür, das lässt mein Herz aufgehen. Und ich könnte jetzt schon ganz viel sagen, was ich wahrscheinlich im Silvester-Video oder so sagen werde. Ich weiß gar nicht, in welchem Datum ist denn Silvester und so. Weil kommt dann überhaupt ein Video von mir, weil dann würde ich darüber quatschen wollen eigentlich. Ja, am 30. Am 30. Das ist Mittwoch. Da könnte man dann darüber quatschen. Auf jeden Fall, ich habe es jetzt nicht geschafft, die 100 Baby Challenge für diese Woche zu machen, weil die Woche war sehr, sehr voll. Es war sehr stressig. Und am Wochenende, also jetzt, wo ihr das Video seht, habe ich halt einfach Besuch. Und da kann ich jetzt halt nicht einfach sagen, okay, ich ziehe mich eine Stunde raus, nehme auf und schneide dann noch ein paar Stunden, okay? Also das funktioniert leider gar nicht. Aber ihr versteht das ja sicherlich auch. Und wie gesagt, ich denke, eine Woche Pause tut auch mal ganz gut für das Projekt. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Übrigens, ich habe pinke Haare. Also das ist schon mittlerweile wieder ganz schön rausgewaschen. Aber, ähm, hi, das wusstet ihr noch gar nicht, weil ich, äh, als ich die gefärbt habe, meine Videos verproduziert habe und dann hatte ich noch braune Haare oder was auch immer. Meine Farbe vorher war. Ich weiß es nicht. Das ist meine Naturfarbe und ich kann nie sagen, was das ist. Es ist auf jeden Fall das erste Mal, dass ihr das hier auf diesem Kanal seht. Und das ist halt schon ein Highlight hier. Und eigentlich habe ich gar nichts zu sagen, wenn ich ehrlich bin. Hi, it's me. Ich habe in meinem letzten Video, das war ein Speed Build, da habe ich auch ein bisschen darüber gesprochen, über mich persönlich. Wenn ihr mich ein bisschen besser kennenlernen wollt, könnt ihr da ja reinschnuppern. Generell meine Speed Builds, weil ich da auch öfter mal was aus meinem privaten Leben erzähle, wo ich ja in meinen normalen Videos meistens ja eher nicht so dazu komme. Deswegen schaut doch da gerne rein, wenn ihr was über mich kennenlernen wollt. Oder falls ihr mir noch nicht auf Social Media folgt, könnt ihr das nah tun. Denn ich teile ziemlich viel mit der Welt. Das ist natürlich alles in der Videobeschreibung verlinkt. Und das Video, was ich angesprochen habe, das ist dann auch gleich irgendwo in der Endcard. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Mini-Einwurf-Video irgendwie gefallen. Vielleicht zeigt euch das auch nochmal ein bisschen mehr, wer ich eigentlich bin. Auch wenn es nur so ein Quatschding ist. I don't know. Also ich meine, ich habe jetzt ja nichts Sinnvolles gesagt eigentlich. Deswegen, ähm, keine Ahnung, ob euch sowas gefällt. Vielleicht, vielleicht, vielleicht wollt ihr das ja. Vielleicht mache ich das öfter, weil ihr euch so denkt, so, das finde ich gut. Das ist der Content, den ich hier sehen will. Was ich mir nicht vorstellen kann, aber da müsste ich mir wenigstens nicht wieder 10.000 Jahre überlegen, was mache ich denn für ein Video am Mittwoch, weil ich nie weiß, was ich machen soll. Aber wir sehen uns bestimmt beim nächsten Mal wieder und dann ist es wieder ein normales Video. Bis dahin und Tschüss!